printing paper genau wir haben printing paper und toilet paper noch einmal auf toilet paper nicht dass wir es brauchen aber macht printing wir brauchen kein toilettenpapier jetzt geht es auf jeden fall ab mit den leuten 32 das heißt wir können zusätzlich ein jahr hier sind es durch ein bisschen wichtiger direkt hier sagen so nein das könnte ärgerlich sein auto track nicht zu schaffen ist ein bisschen fies unsere economy von äh gold ore gold bars iron tools ich würde gerne eher nochmal ihn upgraden damit wunderbar ich ich oh Wir werden ja jetzt auch durchs Papier fressen wie sonst was, aber wir machen noch Papier. Elf Leute, also wir haben noch eine Person extra. Jetzt können wir da noch ein paar. Das wird halt unsere Science nochmal hochballern. 29 Papier zu 2099 Science. Und sie können halt noch Bücher nehmen. Hey, schon fast verleitet, sagt unser Essen. Hey, schon fast verleitet hier, die hier rauszunehmen. Die hier reinzutun. Not bad. So, Moment. Und. Also. Von einem Motivation Card, ne? We kosten eine Motivation Card zur Zeit. Ich glaube, es reicht, wenn wir einfach. Wenn das ist, äh, plus 55%. Und. Und. Eins, aber 75. Das sind 30, 40. Das sind 80% einfach. Ey, 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 ey. Das wird hier ja natürlich nicht mit angegeben, ne? Das wird hier ja nicht mit angegeben, ne? Ja. Ich hätte einfach ein paar mehr Häuser noch mit hinstellen. Na, warum nicht? Wo ist hier sogar noch einen netten Markt hin? Na, warum nicht? Wo noch ein paar Leute ran. Was? Nein, depleted? Seid from the sickness. Ist da noch Kohle in meinem Gebiet? Ich bin das nice. Äh, Kohle. Nö. Doch. Da oben. Ne. Hier? Wo ist denn hier im Berg? Da? Ne. Oh. Gut. Tschüss Kohle, Min. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Gut bei. So, warum nicht? Bebe. Wir brauchen Elektrizität mit der gleichen Anzahl an Leuten, wa? Da sind 17 Leute drin, brauchen 17, ok, ok. Was frech. Imagee, Pallas. Geht da sogar. Von der Ressource näher. Wo packe ich den hin? Hier hin. Äh. Hier hin. Hier hin. Uff. Dann sollen sie mal machen, ne? Nicht viele davon? Geht. Ich produziere halt auch nicht viele davon, das ist das Problem. Geht. Hm. Oh. Ziemlich lange, ne? das sind 20 40 60 ich wollte dann definitiv noch ein sagen wir noch dann gerade 113 jetzt jetzt habt das so ihr wollt du hast du auch Argetufa? brauchst du denn eine Storage? was sieht denn das eigentlich mit meinem Öl jetzt aus? eieieiei obwohl ich schon wieder ein paar hingeballert habe na gut unser Stahl wird jetzt auch da hinten abgezockt ja da muss ich noch eine Wildcard für benutzen aus Base, Food, aus Luxury kein Stahl ist denn wenn ich so Stahl einfach, ah ja ich bin Base kaufen ist halt nicht sehr lukrativ weil ich dann auch halt einfach sagen könnte okay dann kaufe ich halt einfach das Gebäude fertig 95.000 ist halt viel oh 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 hey hey für Papiermast oder so vielleicht sollte ich bei den ne eine Karte da rein setzen vielleicht sollte ich auch noch ein paar mehr Häuser machen das wäre ich hier wieder fast voll muss auch unbedingt jetzt nochmal schnell aufs Essen schauen und die hier mal machen ok 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 uuh ich könnte vielleicht ein bisschen enger werden aber ich sollte mir wirklich halt Stahl kaufen aber nicht nicht zwangsweise nur fürs Gebäude sondern allgemein dass ich auch ein paar Upgrades machen kann noch naja zum Beispiel hier die Lotke sind auf 4 hier noch auf 4 zu bringen wäre halt nicht schlecht Filze überall Doppelze ne ja halt nicht wieder ein Chaos enden ok ok jetzt kommt das Öl rein ok jetzt kommt das Öl rein ich weiß nicht wo die sich herumtreiben kann meine Theorie sollten sie ein Glas holen und konkrete ja alles hier in der Ecke und steinwegen aus da geht eine Höhemassen das ist ja in Ordnung ne auch nicht ne auch nicht so nach irgendwo tatsächlich doch ein bisschen enger wenn man auf Stahl ankommt werde ich da definitiv ein paar Upgrades machen die Lymna müssen sich einfach noch mal ein bisschen beeilen da kommt es auch schon ran oder alles oder oder was Oh neunzig haben wir noch wie viel muss da noch rein, mehr, also ok hier Motivation Plus reinzusetzen, wäre halt von Vorteil ich mache einfach nur die Motivation Plus dann ne bei dir die Produktion ist eh drüber so, zusätzlich noch zwei von denen, damit man die da unten reinsetzen können naja wir kaufen eh Holz auf, äh hoch, aber wir müssen ja nicht verschwenden ja, wir können ja trotzdem ein bisschen rühren machen hier ich meine oh das war Tappel ok, von uns auf jeden Fall weniger ich habe doch ne, ich habe, ja ich will was dir wieder nachkaufen immer mal ein bisschen Glas ja schon so, was wir jetzt noch brauchen ähm, ist der Golden was ähm, Gott wie Gold der kostet, Junge so, wie haben wir denn die schon mal wir produzieren nicht mal genug so, wir haben uns noch heute am 121 Level 8 äh 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 warum das gefühl wird hier von definitiv noch ein paar brauchen warum sie zum upgrade jetzt kommen wir mehr handeln hier eieieie wenn wir noch was loswerden könnten Tonnen brauchen wir sogar zurzeit mehr Clay definitiv Clay machen wir Target Inventory von 5000 was ist noch für Nahrung die wir auch reinholen könnten Kaktusfrucht genau warum nicht da haben die Jungs noch ein bisschen mehr für Food die Damen und Herren und unsere Häuser sind schon wieder fast voll also ich hab fast voll die sind so ziemlich voll ich mach einfach noch die Printing Presses hier hin so ich glaub die Bilder kann ich hier jetzt wieder auf automatisch machen ö mach mal Bücher Geld verdienen wir auch das ist noch eine Frage der Zeit jetzt gut dann haben wir fertig wie sieht das hier aus das wird langsam mal sicher rüber geschoben genauso wie Konkret und das andere Stahl werden die Goldmaß halt langsam mal sicher rüber geschoben was ein kleines Problem ist weil wir hiervon nicht genug haben ich kann ja einfach noch ein paar Sätzen also ist nicht ist ja nicht das Problem ich kann ja auch noch ein paar noch nicht nach Blick gleich weit hm 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 pape hm 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 Blubberies Area to Lodge Blubberies Blubberies auch nicht Keine Motivation Card Man kriegt hier irgendwie kein Papier rein oder? Ne, die sind halt irgendwie so langsam Ich glaube die haben in letzter Zeit kein Papier rein bekommen Weil die Jungs relativ langsam sind Woher produziere ich eigentlich Kunkpapier? Interessanterweise Apropos Ist das überhaupt nicht? Productivity Babam, babam, babam Ist ja nicht mit eingerechnet, ne? Ne So langsam, es wird nicht mal angezeigt Leid from the sickness Ich bin ehrlich Das Lied von The Stopped habe ich tatsächlich Erst vor einer Woche oder so Das ist mein Gott Ist ein ganz gutes Lied Das ist nicht irgendwie Mein favorite Banger oder sowas Aber Aber Practice Topped Ist ne gute Band Und ja, ich hebe mir mein Geld jetzt auf Das ist ein bisschen Besorgniserregend Das ist ein bisschen besorgniserregend Aber Gute alten Blips 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 wenn wir hätten ja einfach was weiß ich schon okay und unsere nahrung auf jeden fall wieder ein stück nach oben wussten wir haben auch noch so viel platz da könnten wir eigentlich die das mit der mensch aus unsere schokoladen boys verdachten ja immer noch mal mal weil ich genug ist das auch so denn das beide so